Der hat sich selbst geflasht. Sauber. Nee, wegen dem. Hier unten. Vom Richtung Schlachthaus kommen noch welche. Oh scheiße. Oh scheiße. Nein, scheiße. Hey, rennen die jetzt weg oder was? Hier liegt die Mosin. Hier liegen zwei Waffe. Zwei Tote sogar. Aber er ist weiss. Ja. Vielleicht gehen die zu schnell in Brinary jetzt wieder. Jetzt ist es rot. Das sind zwei Teams. Da drinnen ist einer. Einer ist über die Mauer gesprungen. Ey, der Wichser. Da hinten ist einer. Der hat meinen Kill geklaut. Loll. Der stand direkt neben mir. Scheiße. Matze, einer ist noch hinter der Mauer. Okay. Das ist dieser neue Skin, diese Tusse da. Ey, die Fotze, Mann. Ey, wie kam die denn her? Tür aufgelassen. Da unten ist einer. Da sind zwei. Oh. Also hier hinter der Mauer sind zwei. Zwei Frauen Skins. Einer hinten im Feld. Das ist der mit dem roten Shirt. Der ist hinten im Feld. Wo ist der? Hinten auf dem Drach. In der anderen Hütter. Okay. Der läuft hier unten aber jetzt. Was bist du? Super Medikid. Oh. Meine Herren. Ah, fuck. Hinter uns. Scheiße. Das ist wieder jemand anders. Die war rechts von dir. Guck mal rechts von dir. Über dir. Aber eine war noch links von dir. Irgendwo da. Ich hab mich von da hinten erschossen. Da ist er. Schön. Achtung hinter dir. Hinter dir. Die gleiche Entdeckung. Ja. Oh, fuck. Hier vorne. Der mit dem roten Shirt. Der hat sich selbst geflasht. Der hat sich selbst geflasht. Okay. Wo ist der? Ja, hier oben. Achso. Der ist, glaube ich, in den Bossraum reingegangen oder runter. Ja, oder hier drüben. Geil, hier ist ne Kasse. Was ist der denn jetzt? Draußen hat doch gerade jemand geschlagen. Mhm. Ja, hier drinnen ist der Piner. War das der mit dem roten Shirt? Ich glaube, ja. Alter, wer schmeißt denn da ne Brandbombe hin? Ich wollte hier nur looten. Keine Ahnung. Fixer. Ja, hier außen. Das ist die, die mich schon mal gekillt hat. Ich glaube, sie hat. Wo waren die außerhalb des Compounds? Ja, genau geradeaus. Bei dem rechten Baum. Ja, ich hab sie gesehen. Warte. Ich muss den seinen Karabiner klauen. Ja, ich hab sie gesehen. Ja, ich hab sie gesehen. Sauber. Die ist auch tot. Ja. Gut, wo hast du die beiden? Ach so? Ich dachte, ich hab bloß gehated. Nee, du hast beiden Netshot gegeben. Ach so. Alter Schwede. Geil. Vor allem standen die direkt nebeneinander. Ja. Wie cool. So. War's ja dann, oder? Ja, jetzt haben wir auch Ruhe. Dann können wir uns mal um den Idioten hier drin kümmern. Ja. Aber ich kann dir nicht helfen. Ich hab nur 75 HP. Ich mach das schon. Man rückt's ja dann nicht mehr auf, wenn der Gast ist. Was? Ich mach mich doch am Arsch. Ich mach das nicht mehr auf, wenn der ist. Ich hab das nicht mehr auf, wenn der ist. 41 Meter von dem Leichen. Scheiße, wo kam das denn her? Na, Libell. Steppen doch welche. Matze. Ja? Rechts von dir, die sind schon drinnen. Lass das doch, dann kann ich dich wenigstens retten. Ja. Oh ja, da hat man ein Nitro an. Und der Typ, der die gekillt hat, hat mir das Kill geklaut. Hm. Krieg ich nur ein Assist. Toll, da habe ich jetzt gedacht, kann ich schön die Nieten in Ruhe. Dann werde ich einfach hinterrückserschossen. Oh. Oh, oh shit. Ah, schade. Fuck. Ah, 4, 5 kills müssen wir haben. Ja, 5. 5. Jetzt habe ich Romero Klaufe vorgespielt. Wer braucht die denn jetzt da? Oh. Ja, die sind schon drinnen. Oh, der Hinweis war das jetzt welchen Dänen, weil die da drinnen waren? Sondern weil ich ja welchen... Ja. Nee, wegen gehen. Oh, die unten. Die hat reingerannt. Hier ist eine Schrotflinte. Jetzt muss er erst mal nachladen. Und ich muss mich erst mal heilen. Einer ist noch hier rechts neben mir. Ich habe die Hoffpumpe gegen diese Flaschen geworfen. Aha. Oh. Vom Richtung Schlachthaus kommen noch welche. Oh, scheiße. Ich habe gerade schon auf mich versucht zu schießen. Das war's Kante. Sehr schön Oh Shit, 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 shit Einer steht hinten auf den Gräbern Oh Da hinten irgendwo, aber der ist gerade runtergesprungen Ne, der ist immer noch da oben Mist, ich hab nichts zum, doch Hier hab ich was zum Abkommen Ah, das war ich, sorry Fuck, Latino Okay Jetzt ist es auch runtergesprungen Hast du gerade da unten rennen hören Warte Oh, shit Nein, scheiße Wieso klemmt denn das da? Ist das gegen das Holz geworfen? War das eine Haftbombe? Ne Das war ein normales Dynamit Okay Ich hab mich voll gewundert Auf einmal klebt das da an der Wand Ah, scheiße Ich hab gerade da runter geguckt Ah, der mich geht, ey Dann guck nicht wieder runter Ja So ein Scheiß, der hat ne Romero Oh, shit Oh, knapp So Sehr schön Läuft mit der Armbrust Ja Ey, nur wie das er rausgemacht hat Hör mal auf zu brennen Was hat er noch? Oh, ein Uppercut, das ist doch geil Oh, darf ich? Ich hab nur die Conversion Okay, ja, ne Ich glaub, ich nehm gerade mal seine Schrotflinte Ich glaub, wir sind schon welche drin Die sind hier außen noch Da links Okay Ja, die sind beide noch außen Ja, die haben das Bounty schon aufgenommen, die Wichser Was? Man sieht's ja nicht von draußen Von drinnen, meine ich Hey, rennen die jetzt weg, oder was? Ja Ja Was ist der F*** da? Was machen wir jetzt? Anderen Boss Okay Oh, ich seh schon Scheiße Mein Meuchler Das ist nämlich meine Quest Quest, ja Dreimal muss ich die betretende Hütte Ah, die hat scheiß Waffe Ja, liegt die Mosin Hier liegen zwei Waffe Äh, zwei Tote sogar Also fehlt nur noch die Tusse da draußen Oder wäre das Soll ich da mal eine Brandbombe hinfackeln? Warte, ich will auch mal looten Ich würde die noch nicht anfassen Okay Oder vielleicht doch die einzelne hier Na, das war ja die, die nicht zu der gehört, oder? Weil hier liegen zwei, ich glaube, die gehören zusammen, aber die gehört zu jemand anderem, würde ich mal vermuten Glaube ich nicht Oder? Weil die Mosin hat doch hier rausgeschossen und jemanden umgelegt Ja Ich weiß es nicht, hat es schwer zu sagen Jetzt hat er mir mein Übercut rausgetauscht Ah, hinter uns Ah, hinter uns Ah, hinter uns Mit der Mosin Oh nein Oh nein Ich weiß es nicht, liebe liter Wir sind in der Wand Die Ich äh, Ichocking